herzlich willkommen zum nächsten video gemeinsam mit dem lieben erik hier in der cbo mastery und wir gehen jetzt mal rein in die kampagnen die wir euch schon gezeigt haben jetzt sind wieder ein paar tage vergangen wir sind jetzt von 500 euro spend schon fast bei 900 euro spend das heißt fast das doppelte und wir werden jetzt die zahlen angucken wie wir das ganze analysieren und wir werden den schritt für schritt prozess im kurs dokumentieren wie wir jetzt dieses nebenprojekt auf 1000 euro budget am tag hochkriegen das spannende daran ist wir haben uns die zahlen natürlich schon angeguckt man muss wissen die zahlen sind total gut leider aber ist es immer bei jedem wie sage ich jeder traffic plattform so egal ob du google youtube nutzt oder ob du facebook nutzt beispielsweise so dass entweder manche dinge over trackt werden das heißt dass du zu viele daten hast im prinzip die nachher nicht stimmen oder an der track wird das heißt dass du eigentlich mehr bewerbungen oder mehr verkäufe hattest als nachher getrackt wurden jetzt in diesem nebenprojekt hier gerade ist ein 3k coaching was ich verkaufe für greiter also für 3000 euro geht das raus haben wir letzte woche acht verkäufe gemacht gehabt da waren wir noch nicht mal bei 500 euro budget überhaupt das heißt die letzten sieben tage sind acht verkäufe a 3000 dabei rausgekommen plus ein upsell auf ein weiterführendes programm für 5000 euro insgesamt das heißt also da ist eine ganze menge umsatz bei rumgekommen nichtsdestotrotz wurden die aber alle nicht bei facebook getrackt oder gecheckt genauso auch die bewerbungen es wurden beispielsweise nur neun oder zehn bewerbungen getrackt von über 30 stück die wir erhalten haben das kann immer wieder mal passieren das einfach nur noch mal dazu vorab wenn wir jetzt in die zahlen reingehen wird erik dazu noch ein bisschen was erzählen aber dass ihr einfach nur ein grundriss habt wie wir schritt für schritt alle zwei drei tage in kampagnen reingehen was wir uns angucken was wir abdrehen und warum und was wir hochschrauben und das ganze auch warum erik steigt gerne die bildschirmübertragung in den business manager so mein element also naja erstmal was sehen überhaupt hier ich sehe den grad zum ersten mal die zahlen jetzt hier zumindest in aktuellen standen kennt die zahlen schon ich da nicht geht es mit euch jetzt gemeinsam mal frisch durch wir gehen erst mal okay machen wir letzten sieben tage mal schauen was ging generell beziehungsweise erstmal laufzeit machen ich will erstmal sehen okay was ging überhaupt insgesamt darüber naja sehen okay insgesamt 800 also fast 900 euro spend sachen die mitgetrackt wurden impressionen reichweite mal schauen was ging insgesamt überhaupt drüber es wurden nur drei verkäufe mitgetrackt ich weiß dass es mehr waren deswegen darauf gehen wir jetzt erst mal weniger ein vielleicht kurz wie soll ich meine ganzen spalten so eingestellt man wir gehen erst mal von vorne hindurch okay ausgehender betrag wie viel budget ging da irgendwie drüber na dann sehe ich okay wo wird das budget verwaltet in dem fall sind das keine cvo kampagnen dann wie viel impressionen wie viel reichweite geht quasi von ganz vorne und den wirklich von den kleinsten sachen im funnel bis zu den tiefsten sachen im handel wie in kauf die menschen durch impressionen reichweiter kommt ein cpm also wie viel zahle ich pro tausend impressionen ctr die frequenz link klicks zahle ich pro link legen jetzt kommen wir langsam diese richtigen metrigen vom fandel rein okay für zahle ich pro klick dann die leads wie viel zahle ich pro lead dann die content aufrufe sind leute die live im web wieder mit dabei wandern und bezahle ich für die und jetzt gibt es noch die individuellen content aufrufe jedes unterschied zwischen leuten die hier content aufruf also live im webinar mit getrackt wurden hier zum beispiel elf stück in der kampagne aber sind individuelle sehen wir nur acht das heißt acht individuelle personen waren im webinar aber elf menschen insgesamt das heißt theoretisch ist es so dass dann mehrere leute mehrmals dabei waren hier sehe ich wirklich wie viele individuelle personen waren denn wirklich mit dabei sind eine eingereichte bewerbung das heißt okay ist nach webinar auf dem button draufgelegt kommt auf die seite abgeschlossene registrierung ist bewerbung abgeschickt und dann kommt kauf ne so ich meine spalten aufgeteilt dass ich mir genau sehe okay von ganz hinten quasi letzter schritt im fandel zum ersten schritt im fandel so viel nach kurzen spalten also wir gehen immer die erst kurz rein schauen mal was lief denn hier in der ersten phase die zwei interessieren mich eher weniger wie targeting wird noch nicht ausgeliefert könnte an der audience liegen wahrscheinlich ein bisschen zu klein wahrscheinlich noch gehen wir mal in das reden okay 500 euro spend meistens band bekommen gehen mal die anzeigengruppen rein und schauen mal nach was ging denn hier sehen wir erst mal ganz viele verschiedene ad sets na und wenn du hier in der cbo-mastering drin bist hast du auch schon genau gesehen warum das gerade der fall ist und warum mir so komische beträge stehen wir testen hier quasi erst mal durch okay wo lohnt es sich überhaupt geld auszugeben das ist eigentlich nicht mal da um profitabel zu sein er war es trotzdem aber hier geht generell erstmal darum okay durchzutesten wo lohnt es sich wirklich später geld auszugeben haben wir alles gemacht deswegen kriegen wir alle sehr wenig budget und liefen relativ lange sogar durch im schnitt fast zehn tage alle und schauen wir jetzt laufzeit erstmal generell was lief hier durch gehen das erstmal hier durch und sortieren erstmal nach kosten pro lead was hat denn die günstigsten kosten pro lead das hier hat die teuersten 14 euro günstigsten kosten pro lead okay hier sind wir bei zwei euro pro lead hatten 13 leads das ist schon mal nicht verkehrt das heißt da ist schon mal potenzial da was ich daran ist aber sehr interessant finde ist dass wir aus 19 link klicks 13 leads quasi haben das ist zwar ein euro 60 pro klick also es gibt ganz viele leute die sagen hey schau mal ich habe drei cent klicks und zwei cent klicks die bringen die aber überhaupt nicht für die dinge nicht konvertieren es gibt ja wie du hier auch schon wahrscheinlich schon gesehen hast intern in facebook abgespeicherte zielgruppen in jeder zielgruppe jetzt wäre es extrem kryptisch müsste man eigentlich aufmalen die gerne klicken die gerne kaufen die gerne lead werden wenn wir hier sehen okay 19 leads und also 19 klicks und 13 leads heißt das für mich dass der klickpreis zwar sehr hoch ist aber quasi der frame von okay die werbeanzeige die passt so gut zur landing page dass leute die draufklicken auch quasi direkt lead werden und das hast du ganz ganz selten das ist sehr 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 gut wir sehen davon waren zwei live webinar ich gehe davon aus dass es stark an der track ist weil wenn die hat hier so hoch ist das ist der eckenwinner weiter runter ist haben wir noch leads 2 euro 2 euro 3 euro 6 euro ist noch okay und hier wird es dann langsam mehr zu viel also so alles unter 9 euro also 7 6 5 und 3 euro sind super lead preise hier für das und 14 euro ist zu viel das heißt ich würde schon mal direkt an den preisen hier schon mal jeden schnitt machen aber ich schaue erst mal noch letzten sieben tage was lief da da sehen wir dann noch nichts jetzt letzten sieben tage sehen wir dann okay die wurden ein bisschen besser die wurden einiges besser hier ein paar gar keine leads mehr bekommen obwohl budget drüber ging das heißt die würde ich direkt abdrehen wenn in sieben tagen keine leads mehr bekommen kannst du die abdrehen sie sehen hier ein paar ja hundert prozent wenn die nach irgendwie ein zwei drei tagen oder sagen wir drei tagen plus keine leads mehr bekommen weg damit hier siehst du schon mal zwei euro pro lead neun leads sehr sehr gut hier sehen wir elf klicks und neun beats die wird immer besser das ist ein winner na dann sehen wir alles hier unter ja ich würde die 8 euro 60 die ist okay wir sehen aus zwölf wurden drei das ist weniger gut was ging hinten raus rum okay wohl das recht okay ist also die würde ich mitnehmen warum ganz einfach weil hier abgeschlossene registrierung also hat die bewerbungsform nach dem webinar ausgefüllt für um die 50 euro wenn die zahlen hier nicht overtrackt werden obwohl ich das hier nicht glaube das ist eine normale zahl die zahl ist sehr sehr gut weil wir ja am schluss für 3000 euro verkaufen deswegen ist ja gute zahl also würde ich die hier würde ich abdrehen ganz andere weil ich glaube dass die hier overtrackt ist alles andere sind solide lead preise gehen auf die letzten drei tage und schauen was da so passiert ist vorausgeht kampagne lief da noch aber ich glaube schon ja guck mal hier hier haben wir acht leads für einen euro also obwohl die hier overtrackt sind wir haben sechs link links und acht leads gehe ich davon aus dass wahrscheinlich vier sind dann haben wir den doppelten bereist auch noch vollkommen okay ist aus neun klicks wurden vier leads super preis und sogar eine direkt live webinar für ein zehner sind top preise hier würde ich auch wieder quasi die hier nehmen die in den letzten drei tagen unter sechs euro waren pro lead die würde ich jetzt hier in die nächste phase mit rein nehmen hier will ich gar nicht so viel zeit und verschwenden weil haben wir ja schon gemacht die zahlen kennst du nämlich schon weil hier ist nämlich schon phase 2 dann das ist quasi jetzt wir haben in der ersten phase testen wir wirklich okay wo lohnt es sich wirklich geld auszugeben es macht nämlich keinen sinn in eine zielgruppe rein zu gehen und denken ja gut das wird schon funktionieren 100 euro auszugeben und das ist schwachsinn weil niemand kauft deswegen machen phase 1 testen wir ganz verschiedene zielgruppen durch mit verschiedenen einstellungen wo lohnt es sich wirklich geld auszugeben und gehen dann mit denen die wirklich gut funktioniert haben in phase 2 und gehen dann tief rein okay jetzt haben wir die zielgruppe wo es sich lohnt geld auszugeben und testen jetzt durch okay wie können wir die zielgruppe wirklich ansprechen gehen jetzt mal tief rein und sehen hier haben es auch schon ein bisschen mehr budget bekommen alles noch super moderat einfach weil es hier wirklich echt nicht lohnt mehr geld auszugeben egal wie viel budget die kampagne ich von mir später bekommt auch wenn die 10.000 euro am tag frisst mehr als fünf euro am tag kriegt die am einfach von mir war nicht weil ich will erst mal sehen lohnt sich das ganze ding wirklich deswegen kommen wir mal rein und sehen eines abgedreht warum wir gehen wieder hier mal auf laufzeit schauen wir erstmal insgesamt dann sehen wir schon 118 euro ausgaben sehen okay fünfer täglich die kriegt sechs euro täglich was sehen wir hier das ist alles die gleiche als ein gründer quasi reingenommen richtig ja das ein gründer sind drei verschiedene visuals also das heißt drei verschiedene bilder beziehungsweise bilder text kombination und ich habe mich davor schon in den stats gesehen dass sich hauptsächlich männer über facebook und instagram eintragen das heißt ich habe jetzt hier nicht habe jetzt nicht nur die winner mit hochgenommen sondern habe gleich noch mal testen wollen was passiert wenn ich denen jetzt das doppelte budget gebe das heißt nur fünf euro am tag erstmal und was passiert wenn ich jetzt nur auf facebook und instagram und männer only schalte wie entwickelt sich das nachher in dem verhältnis das war also im prinzip immer nur die zweite testphase um die anzugehen genau ein wichtiger punkt ist was wir hier in der ersten phase eigentlich machen wir können ja gerne mal ganz kurz ein deep dive machen ist dann müssen erst mal die ganz normalen zahlen das sieht jetzt hier alles viel zu viel aus wir können erst mal die aufschlüsselung reingehen schauen okay gehen wir nach auslieferungen gehen wir nach geschlecht sondern sehen wir schon okay sind es eher männer oder frauen die sich eintragen gehen jetzt mal unter und schauen mal ganz kurz wo kommen eigentlich unsere leads her gehen wir auf die mit den meisten leads dass wir nicht so weit scrollen müssen und sehen hier okay ich zahle für männliche leads die haben nämlich hier zahle ich acht euro aber die kommen hier jetzt habe ich ja genau 16 leads acht euro aber die kommen noch live content aufrufe bewerbungen genau hier sind tatsächlich in der kampagne sogar frauen perform da deutlich besser wenn wir uns das sagen ja hier sind frauen besser hier wiederum nicht hier sind so die lead preise günstiger aber danach passiert nichts mehr weil nur die preis auch nicht der richtige grundindikator du willst ja schauen okay was machen beats danach ja herunter und schauen mal jetzt haben wir hier männlich haben wir jetzt zwei euro polit ich glaube das war die wahrscheinlich das kann sein ja würde sinn machen jetzt recht viel budget bekommen ctr ist okay frequenz immer noch top cpm ist super solide was haben wir hier männlich haben wir hier cpc ist top sehen ja bei den frauen sogar fast ein vierfachen klickpreis naja ist schon krass haben wir bei zwei klicks ein lied die rate ist besser aber der liebpreis also sechs euro pro lieb ist immer noch okay aber jetzt einfach zwei euro pro lied na und für den zwei euro lied kommt auch wirklich daneben drei individuell wirklich ins webinar rein und von den drei gehen zwei auf bewerbung füllen auch zwei die bewerbung aus das ist halt krass da sind halt in dem fall nicht viele leads neun also neun leads von denen kommt im prinzip hier vier ein drei individuell von den drei füllen aber und schicken auch danach die bewerbung ab das ist halt bombe wurden auch hier verkäufe mitgetrackt mehr aber ich könnte wetten dass darauf eine zustande kam verkäufe wurden mitgetrackt ja aber nicht hier bei der kampagne oder nee das ist bei der kampagne oben ja genau hier gut für 18 euro pro verkauf da kann man eh nix sagen aber hier sind wir eben wie gesagt schon mal dass die raten halt extrem krass sind deswegen wurde die auch in die nächste phase und reingepackt wir sehen okay die audience hier lohnt sich bei männern wir sehen hier okay das ist quasi von eben 20 59 männer zahlen wir hier im schnitt zwei euro pro lied und hier zehn euro pro abgeschlossener abgeschickter bewerber und das ist halt bombe gehen wir direkt in die phase 2 rein und machen das hier noch mal aus schauen mal was weiß warum gemacht haben also wir haben quasi rausgefunden okay in dem erzeit laufen die jetzt für männer sehr sehr gut haben gesehen okay wir können mich dann noch ein bisschen tiefer reingehen und nachschauen okay woher kamen denn die die zu behaupten also bei instagram facebook feeds über das audience network über die messenger und sonst was und wenn wir sehen okay wir bekommen die richtigen leads und die die bewerbung ausfüllen mehr über die ganzen feeds rein dann machen wir nächste kampagne mal nur feeds only zum beispiel deswegen ist hier diese kampagne das ist die gleiche audience gleich ja gleich alter über facebook und insta feed für männer weil wir da die besten leute ran ziehen zumindest in der letzten kampagne und jetzt schauen wir nach und geben dem verschiedene budgets warum jetzt verschiedene budgets was macht so unterschied bis den jetzt 586 oder 582 kriegt das macht einen großen unterschied weil du musst vorstellen das ist ein großer algorithmus so und ein algorithmus arbeitet am besten alleine also das ist auch der hauptgrund warum wenn du selbstständig an den anzeigen mehrmals am tag rummachst und das komplette budget veränderst eben in sehr großer wahrscheinlichkeit im keller rauchen weil du versuchen solltest den algorithmus so viel ein bisschen alleine zu machen weil der algorithmus kennt sich selbst am besten logische sache so und es gibt verschiedene eintrittspunkte in den algorithmus stellst du vor so ein rad was sich dreht und es gibt verschiedene eintrittspunkte wo du smooth in den algorithmus reinkommst und es gibt verschiedene eintrittspunkte die nicht so entspannt funktionieren wo dich eher wieder raushauen so und ich glaube ein gutes beispiel ist so ein mühlrad was sich dreht das hat zwischen speichen so und zwischen speichen löcher da kommst du smooth rein wenn du auf ein holzbrett kommst du fliegst du weg so ist ein algorithmus kannst du es vorstellen ein spontanes beispiel jetzt wenn du auf ein holzbrett drauf kommst fliegst du weg das heißt falsches startbudget wenn du das richtige startbudget kommst du smooth rein und kriegst geile preise das heißt wir versuchen herauszufinden okay welche eintrittspunkte in algorithmus finden wir die gut funktionieren für uns deswegen verschiedene startbudgets durchtesten und herausfinden okay wo läuft es am besten wir sehen nämlich auch schon mal riesenunterschiede guck mal wir sehen das ist die gleiche audience die gleiche werbeanzeige alles gleich nichts verändert nur das budget wir sehen ja drei euro pro lead fünf euro polit sieben und 16 euro pro lead und 16 das ist ein gigantischer unterschied für das das ist komplett gleich nur das budget ist anders das ist ein anderer eintrittspunkten algorithmus den wir gerade gefunden haben und sehen das funktioniert super gut hat noch andere hintergründe aber dazu gibt es ein extra video in der cbo mastery warum so ein sehr sehr krummer betrag in manchen fällen mehr sind wir als anderen und wo und wann du es nicht machen darfst so beginnt ist die vereine schau mal okay was lief denn in den letzten sieben tagen dann sehen wir hier das budget das durchgehen 100 euro knapp sehen hier okay die tagesbüge gleich gehen wir durch okay impression sind okay reichweite ebenfalls cpm ist okay die super diesen bisschen höher diesen auch vollkommen okay die ctr ist für mich immer so ein bisschen weniger relevant ich habe lieber weniger leute die klicken aber dafür die die klicken tragen sich direkt ein sehen wir halt hier wenn aus einem relativ wenigen klicks recht viele leads werden das ist sehr sehr gute art hier zum beispiel und sehen dass mich ein lied drei euro kostet so und von den neuen leads kommen drei live ins webinar die raten sind okay aber dafür dass er die lied sehr sehr günstig sind es ist halt auch okay wenn die rate mit schlechter ist das heißt neun euro pro live die wurden auch echt mit getrackt das ist sehr sehr gut und wir sehen halt auch dass bewerbung absenden hier nämlich neun euro kostet also jemand kommt auf die nächste seite und knapp 30 euro für hat die bewerbung abgesendet was für bei muss wieder immer kurz das ding mal in relation setzen in 3000 euro produkt bewerbung absenden für 30 euro und ich glaube closing rate ist bei euch jeden zweiten jeden dritten spätestens also so ist es ja total total liegt bei über 50 prozent man macht natürlich immer fleißig follow-ups das heißt mit der zeit kommen neue leute immer wieder dazu genau aber ganz ehrlich auch ich bin offen aus du musst denn das sind nur jeden vierten davon close erst 120 euro bezahlt für ein 3000 euro sale ja ich es ist mir persönlich auch egal wenn ich jeden zwanzigsten closen würde das ist brutal also das sind super super gute zahlen so eine audience würde nicht immer weiter skalieren wir können ja gerne mal kurz eine runde tiefer reingehen schauen was wir wirklich machen können gehen jetzt mal hier nicht aufschlüsselung gehen erst mal es gibt ja verschiedene sachen gehen erst mal ganz entspannt ein gehen mal im alltag schauen mal nach okay wo finden wir jetzt wirklich die richtigen rote sehen wir jetzt schon ein bisschen mehr zahlen sieht erst mal alles auf den ersten blick so ein bisschen überschlagen und erschlagen aus aber alles halb so wild und schauen ja mal nach welche wir gefunden haben so 18 bis 24 wurde 14 euro in der audience ausgegeben das heißt in der altersregion von im prinzip 20 bis 24 war hier 20 angestellt ist und recht viele leute unterwegs das heißt dass man cpm auch dementsprechend niedrig ist meine ctr ist okay frequenz ist vollkommen okay das heißt es sind recht viele leute mit drin der hat mit 15 klicks und sechs leads hasten solide raten und zwei davon waren leider nur mit dabei aber dafür die raten sind ziemlich ziemlich günstig sind dass die content aufrufe also leute die live dabei sind die individuellen gleich sind das ist sehr gut also keine bounce rate das heißt bounce rate ist so viel wie jemand klickt und macht direkt bevor die seite aufgerufen wird wieder zu das sind quasi diese audience über facebook intern als die klicker gespeichert sind die auf erst drauf klicken das heißt wenn du eine normale kampagne schaltest mit dem ziel klicks genau das bewerbungen sind 14 euro das heißt jemand kommt auf die nächste seite keine ausgefüllt ist okay gehört immer durch und schauen mal hier wo er die oder finden hier meine bewerbung drei euro okay was haben wir hier hier wurden drei euro ausgegeben das gleiche betrag ist cpm 19 euro ist ein bisschen höher dafür anscheinend die richtigen leute frequenz ist vollkommen okay link klicks zwei recht hoher krieg preis dafür aber direkt daraus ein lied das heißt 50 prozent conversion auf der landing page vorausgesetzt keine bounce rate da liebt drei euro der lied hat war live mit dabei der war sogar individuell live mit dabei jedes wurde over track das ist auch bei drei euro und wenn das nicht over track das hatten wir hier eine bewerbung für drei euro aber ich glaube bei einer bewerbung ist noch so ein bisschen nur mal laufen lassen noch einen tag nur mal nachschauen was passiert morgens übermorgen dann mal schauen gehen wir generell mal ein stückchen weiter wo kommen die bewerbungen dann hier haben wir drei bewerbungen die kamen alle hier okay was haben wir hier glaube ich nicht dass es drei stück waren das ist ja wenn jemand auf dem bewerbungsformular landet das ist erst so weit abgeschlossener gespeichert wurde genau das heißt hier haben wir in den letzten sieben tagen er wurde erst eine bewerbung getrackt aber das ist sowieso wie gesagt die bewerbung und verkäufe total undertrackt genau aus irgendeinem grund okay dann gehen wir nicht auf das ein sondern gehen wir ein bisschen tiefer rein okay was gibt es hier noch wir können zum beispiel nachschauen es gibt hier noch alter und geschlecht was jetzt nicht viel sinn macht weil wir haben wir eben nur männlich deswegen ist es gleich an sich wenn du jetzt eine komplette kampagne ist für männer und frauen kannst hier nachschauen okay alter und geschlecht zusammen sortiert was wir jetzt noch machen werden ist erst mal gehen auf plattform und gerät na und sehen jetzt erst mal genau welche plattform kann die leute rein da wir hier nur feeds eingestellt haben also instagram newsfeed und facebook newsfeed sehen wir die feeds wir sehen wir schon mal welches gerät das überhaupt war weil es gibt ja eben iphone android geräte es gibt ich weiß nicht gibt es noch windows geräte gibt sie noch als handy eigentlich schon windows phone gibt es glaube ich aber das läuft ja auch mit dem android betriebssystem im regelfall irgendwann gab es mal eins mit wirklich windows ja egal es gibt ein google phone so kam egal auf jeden fall wir sehen hier ein bisschen tiefere daten okay welche leute kommen nicht mehr ein iphone und mehr android smartphone wir sehen das ja alles genau sieht immer auf den ersten blick zu erschlagen aus aber in letzter zeit gewinnt man sich da gut dran sehen okay instagram also ist die plattform die kam über instagram mit einem iphone da wurden 13 euro ausgegeben das meiste in dieser kampagne das heißt recht viele leute hier sind über instagram im iphone reingekommen und da sehen wir cpm ist vollkommen okay die cts ist ein bisschen niedriger was aber noch okay ist frequenz ist super wir sehen dass jeder dritte sich hier als lied einträgt und von den vier kommt einer das ist nicht so bombe was wiederum gut ist wenn es nicht overtrackt ist ist das hier aus den einen typen der live mit dabei war das overtrackt eine bewerbung reinkam aber auch eine bewerbung abgeschickt wurde für 13 euro also 14 euro das ist sehr sehr gute raten bei den anderen wurde zu wenig budget bis jetzt noch gespendet da können wir vier euro können wir nicht sagen was da gut und was schlecht lief was haben wir hier 11 euro die schaue ich mir gerne mal an instagram wieder iphone da gibt es anscheinend ziemlich viele von sehen wir cpm ist hier wieder acht euro höher als oben was aber nicht unbedingt schlimm ist wenn die lied quali dafür besser ist hier sehen wir allerdings dass wir eins zu hoch sind weil das die kampagne war die ich sehen wollte hier sehen wir aber trotzdem sieben lenklicks ein lied und 11 euro pro lead das ist mir zu hoch also würde ich zum beispiel gegebenenfalls hier instagram und iphone in dieser kampagne das nächste mal ausschalten zum testen und schauen was passiert hier sehen wir android smartphone und facebook und sehen dass mein cpm sehr hoch ist hier 23 euro aber aus drei link klicks ein lied kam was gutes und auch eine bewerbung kam die für vier euro abgesendet wurde beziehungsweise dass ihr auf der seite drauf gelandet genau ja genau ansonsten ist hier noch zu wenig spend rüber genau reinzuschauen aber was wir eben schon mal ganz ganz gut sehen können ist dass eben vor allem die viel zu funktionieren und sehr sehr viele iphones mit dabei sind können ein bisschen tiefer reingehen können auch mal schauen platzierung gerät und können wir schauen okay wo war die ad wirklich platziert waren es in stories was in newsfeed auch hier wieder wir haben hier sehr viel fies ausgewählt das nur zu zeigen generell wenn du eine ad hast die zum beispiel in der zielgruppe die erste ad ist und du hast erstmal alles ausgewählt also feeds audience network messenger und 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 du weißt dann nicht gar nicht woher kommen die leute überhaupt lässt eine durchlaufen können wir auch und schaust dann mal hier auf platzierung gerät und schaust genau an okay wo klicken leute wirklich wo werden welche wirklich zu ließen zu käufern und die nächste kampagne ist dann nur noch darauf auslegen wo wirklich die leute herkommen das heißt wir schauen hier mal ganz kurz drüber was haben wir alles gemacht woher kamen die meisten bewerbungen eine 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 hier kamen drei die kamen hierher was haben wir hier gesehen die instagram ist die plattform die kann über instagram stories über die mobile app über das iphone haben wir vier euro ausgegeben cpm ist ok cts recht niedrig drei link klicks ein lied overtrack also war es nur eine das heißt wir zahlen vier euro pro jemand war auf der seite und ja genau vier euro auch eben pro abgeschlossener und abgesendeter bewerbung was eine super rate ist ansonsten war hier insgesamt nur eine mit dabei das heißt da können wir nicht so viel zu sagen und schauen gerne mal letzten drei tage noch mal und dann können wir wirklich besser was zu sagen mache das hier noch ein bisschen raus und schauen wir hier nach was haben wir hier alles wir sehen in den letzten paar tagen letzten vier tagen circa wurde hier insgesamt 94 euro ausgeben also ist der haupt betrag das heißt es ändert sich nicht ganz so viel machen wir mal samstag bis dienstag 48 euro die drei die wurde abgedreht und wir sehen cpm zehn euro hat er sich verändert was hat sich da getan der hat sich nicht wirklich verändert was hat sich hier alles getan hier wird zum beispiel dass hier der cpm wieder ziemlich krass gesunken ist und vier euro heißt einfach dass vielleicht auch das langsame sichern quasi habe ich schon mal gezeigt in einem video im cbo mastery dass es in einer zielgruppe verschiedene arten von zielgruppen wiederum gibt und ich gehe davon aus dass er gerade hier quasi ein neues viereck reingehubst ist und das durchprobiert und eben daher erst mal der cpm sinkt weil er wieder eine neue spalte an der zielgruppe reinkommt und dann wieder mehr leute erst mal die ansprechen muss deswegen sinkt hier der cpm frequenz ist immer noch vollkommen okay wir sehen ja okay aus 17 link links hier kommen acht leads was eine super gute rate ist für zwei euro polit ganz klar cpc ist top wir sehen aber auch dass die content aufrufe also leute die leute die leute der weiber in rechten niedrig sind aber trotzdem da die was sie link klicks nie zu günstig sind ist das auch vollkommen okay weil acht euro pro live mit dabei und 16 euro pro hat bewerbung für 3000 euro kurs nachdem er den preis schon wusste abgeschickt immer noch außerirdisch gut ist zweites ding die mit sechs euro sehen wir was haben wir hier okay hier ist der cpm höhe zum beispiel sieht man auch wieder was eintrittspunkt algorithmus ausmacht 586 oder 6 euro zwei das macht nicht viel aus aber es ist das gleiche etze komplett gleich jetzt anderes budget und fünf euro cpm unterschied komplett andere ctr andere werte hier mal zwei euro pro klick hier mal 94 cent pro klick nur weil das budget anders ist sehen wir okay aus acht klicks kommen drei leads hier hat das okay fünf euro politisch noch im rahmen was wiederum gutes ist dass es drei leads auch wirklich zwei mit dabei waren und noch zwei individuell mit getrackt werden das heißt hier ist die qualität deutlich besser obwohl es wie gesagt wieder das gleiche etze ist anderes budget liegt qualität ist viel viel höher wenn es drei leads zwei live auftauchen was willst du noch hier kann noch keine bewerbung zustande aber bei 16 euro ist auch nicht ganz so schlimm hier 15 euro noch mal kurz durchschauen was mir alles gehabt hier hatten wir fünf link klicks zwei leads noch keinerlei mit dabei nächsten schritt würde ich wenn ich jetzt weitermachen müsste was würde ich machen ich würde mir erstmal hier quasi diese zwei noch mal nehmen und wird noch mehr startbudgets durchtesten auch wirklich mal eins was ein bisschen höher ist wir wollen wir sehen okay was ist denn normaler kpi für webinar lied sagen wir so im schnitt alles unter ja sagen wir mal sechs euro ist vollkommen also wir zahlen nie mehr als sechs euro und erzelt sich weiter laufen lassen würde das heißt unser kpi ist erstmal sechs euro alles was drunter es ist super so was hier perfekt aber im notfall ist sechs euro pro baby dann geht auch noch vollkommen okay das sind keine schlechten zahlen alles sieben acht neun euro ist dann so ein bisschen kritisch nehmen als kpi mal sechs euro jetzt nächsten schritt würde ich quasi den kpi mal 50 nehmen und den durch sieben teilen das heißt muss man nicht mehr holen durchrechnen haben wir gleich also wir nehmen hier den kpi von nehmen wir sechs euro mal 50 durch sieben haben wir 42 euro 85 das wäre jetzt mein nächstes tagesbudget zum durchtesten warum das ganze wenn du brauchst für den facebook-algorithmus immer mindestens 50 konversions pro woche dass das ding durch sage ich mal optimieren kann und schneller lernt wo die richtigen leute herkommen das heißt du willst immer wirklich quasi das budget geben dass es das auch erreichen kann das heißt quasi das budget für 50 konversions pro woche meine durchschnittskonversion sechs euro pro lead kostet will ich dem auch das geld geben dass es dafür mindestens 50 holen kann also mindestens das so ich würde das einmal machen durchtesten was dann passiert ich würde es einmal noch verdoppeln und einmal verdreifachen so kommt man schnell auf mehr budget und dann würde ich schauen okay was passiert wirklich dann würde ich da drin mehrere verschiedene anzeigen durchtesten weil ich glaube auf unter zwei euro pro lead kommen wir nicht und wollen wir auch nicht wirklich kommen ich zahle lieber fünf euro pro lead dafür qualifizierte lead deswegen ist die preise alt vollkommen okay wir haben wirklich winner hier gefunden die sind perfekt wie sie sind da würde ich nicht mehr wieder umschrauben noch ein bisschen mit startbudget und der zählt das heißt da müssen wir nicht mehr rum machen die sind perfekt was ich jetzt machen würde ist mit mehr budget durchlaufen lassen also wie gesagt 50 konversions pro woche und in dem erzeit dann mehrere anzeigen durchtesten noch ein paar mehr verschiedene bilder verschiedene texte verschiedene headlines und 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 durchtesten im nächsten schritt wieder drei tage laufen lassen oder vier mit eben ein bisschen mehr budget und die dann in eine cbo-kampagne packen weil dann geht es an skalieren weil mit solchen sachen kommst du schwierig auf 1000 euro am tag ich würde die dann nachdem die nummer drei tage lang durchkliefen auf mindestens den wert für quasi 50 konversions pro woche in eine große cbo-kampagne packen und dann das budget für 50 konversions pro woche für drei oder für vierfachen und dann im durchlaufen lassen den fresh audience grafen blick halten wenn du nicht weiß was ist gerne das video noch mal abchecken wenn du gerade in cbo dann bist ansonsten wird es zeit da reinzukommen mit den fresh audience grafen auge behalten und dann die cbo-kampagne so skalieren wie wir es euch ja schon gezeigt haben ja also was immer noch mal abschließend wichtig ist generell schaut euch wirklich mal die zahlen an was ist wirklich nicht nur schauen okay hier sinkt mein cpm voll cool oder ich habe hier acht cent klicks das ist nicht das worauf es ankommt das sind die mieträgen die sind hier ganz vorne auf die schaue ich immer so als groben richtig wenn ich merke okay hinten stimmt was nicht wenn ich merke hier kommt keine sales bei rum und gehe schritt für schritt nach vorne und schaue mir an okay wo ist der haken wenn ich zwei euro pro lead zahle vier euro pro live visit und 150 euro pro bewerbung und kein kauf dann weiß ich okay bewerbung da stimmt irgendwas nicht eigentlich da rein und so gehe ich schritt für schritt durch bis zum vordersten punkt bis ich sehe okay wo hakt es und dann weiß ich genau da muss ich optimieren da gehe ich dann darauf ein heißt also so viel wie ich würde jetzt in dem fall ich hier in der phase 2 kampagne würde ich mir die alle schnappen mit mehr budget durchtesten mehrere anzeigen mal durchschauen mal schauen okay welche anzeigen ist wirklich besten wenn ich dann die hat nach drei tagen dann würde ich ihnen großes cbo also quasi eine also eine neue kampagne wo ich das budget auf kampagnen ebene verwalte reinpacken und das budget für 50 conversion pro woche mal fünf oder mal drei von mir das mal nehmen aber das mal drei mal 5 nehmen das dann durchtesten lassen und dann auch gerne diese audienz hier einmal jeweils als ordnungsmittel zupacken und ja wird dann das langsam hochskalieren mal schauen wie sich die audienz durch entwickelt was alles so passiert und dann weiter mal kurz fragen soll man hier noch kurz auf eingehen und dann machen wir das in einem neuen video kann es gerne noch mal direkt kannst direkt noch mal darauf eingehen ja mal gleich weiter also was wie gesagt hier hat man phase 1 und phase 2 jetzt haben wir hier noch eine neue kampagne für ein anderes ziel das ist ein age cluster haben wir im letzten video auch kurz angesprochen gerne mal reinschauen ein age cluster ist ja quasi du willst versuchen noch tiefere insights in den facebook-algo zu kriegen als du eigentlich sowieso schon kriegst das kannst du mir so vorstellen dass ich zeige es nochmal ganz kurz dass wir normalerweise von facebook verschiedene sachen vorgeschrieben bekommst die du siehst das heißt so viel ganz kurz noch mal hier hier wenn du auf alter im segment hier ist wird alter sehen siehst du okay 18 bis 24 du siehst 25 bis 34 und 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 du willst aber sehen okay sind sie von 18 bis 20 oder von 20 bis 22 20 bis 24 du willst tiefer da rein kommen aber du kommst da normalerweise nicht rein du siehst nur diese zahlen in einem age cluster siehst du viel tiefer rein das heißt wir sehen jetzt hier okay was haben wir alles gemacht gehen wir mal auf laufzeiten schauen mal ganz kurz rein das machen wir jetzt hier ein bisschen zügig 186 euro 90 liefen insgesamt drüber die haben auch wieder alle ein kleines tagesbudget wie gesagt hier ist auch wieder eine phase 1 kampagne wir testen okay wo lohnt es sich überhaupt und sehen hier wollen kleinsten cpm 9 euro pro cpm das ist bekommen okay aber wir wollen erst mal schauen wo kam leads bei rum schauen wir mal okay die hat drei leads bekommen 16 euro 5 euro pro lead 17 klicks und drei euro pro lead ist weniger gut so das direkt vorab ne das heißt der frame hier von der audience die hier drin ist zu dem was auf der landing page drauf ist passt hier weniger eins runter sehen wiederum okay acht klicks und drei leads viel besser hier das heißt die audience obwohl es noch die gleiche ist hat einen anderen frame ist eine andere altersgruppe das heißt die spricht er auch werben auf die erben zeige an und wird er zum lied dann gehen erst mal nur leads durch ist immer okay zwölf link links und zwei leads das ist weniger gut 7 und 2 ist gut 901 ist okay und alles hier wird ein bisschen mieser die haben nicht so viel budget wieder zu bekommen das dann nichts krasses jetzt wir sehen auf jeden fall dass eben die zwei die zahlen sehr sehr gut sind fünf euro pro lead ist vollkommen okay fünf war live das ist over track also gehe ich davon aus dass ja hier siehst du nämlich hier wieder ein super gutes beispiel warum individuelle zahlen sehr wichtig sind wir sehen hier drei leads fünf die live waren aber nur zwei die individuell live waren und das ist die zahl die stimmt und sehen okay wir zahlen acht euro dafür dass jemand sich live das webinar anschaut was vollkommen okay ist wir zahlen 16 euro dafür dass jemand auf der quasi seite ist jetzt bewerbung ausfüllen was noch im rahmen ist gemeint tiefer und schauen wir hier durch was haben wir hier cpm ist ein bisschen höher und sehe wieder fünf euro pro lead und von den drei sind aber auch zwei live dabei noch zwei individuelle das ist okay die zahlen sind sehr sehr gut individuelle genau acht euro eingereicht bewerbung drei das glaube ich eher weniger ich denke dass das eine bis zwei waren also zehn bis 15 euro was vollkommen okay ist aber da ist auch noch zu wenig spenden aussagekräftig zu sein was haben wir noch alles hier mal eine abgeschlossener was haben wir hier hier haben wir 16 euro cpm ist okay ctr sehr niedrig dann gehe ich von aus dass die audience ein bisschen größer ist wenn der cpm und die ctr niedriger sind link klick sieben und davon rund zwei zu leads die zahl kann man noch ein bisschen höher kriegen aber die ist vollkommen okay acht euro pro lead ist hier ein bisschen hoch ehrlich gesagt allerdings sehen wir auch hier ich will das eben zwei auch wirklich von live fahren das heißt zwei leads und zwei davon waren live das sieht man ganz genau warum ich nicht auf lead preise nur schaue ich habe vorhin schon gesagt alles unter sechs euro pro lead drehe ich ab hier mal acht euro pro lead aber auch acht euro pro live und ich habe sogar eine abgeschlossene bewerbung das heißt von zwei leuten waren zwei leute live mit dabei und eine hat sogar ausgefüllt das heißt die qualität hier ist viel viel höher deswegen würde ich niemals abdrehen weil die gute zahlen bringen hinten raus deswegen wenn ich nur nach vorne schaue und sehe das und sehe das würde ich wahrscheinlich abdrehen sehe ich hier das hier hier sind zwei euro vierzig pro link klick pro app geklickt manche haben einen cent pro klick und sind darauf stolz wir haben hier 2 40 wir sehen aber ich zahle acht euro pro lead und die kommen auch live und die schließen sogar eine komplette bewerbung ab nach einem ich glaube das ding geht ihm wie zwei stunden fast oder so und also geht echt lange stunden ja nach du musst dir mir vorstellen nach zwei stunden webinar schauen wo man nur nix sieht der redet und dann haben natürlich so ein bild von nick was auch logisch nachvollziehbar ist und er hat im prinzip sagt er schon was kostet das ding die wissen alles schon bescheid und tragen sich dann noch mal auf ein gespräch ein für 16 euro obwohl ich hier zwei vierzig pro klick zahlt das sind zahlen die sind bombe deswegen solche kampagnen würde ich immer im auge behalten also auch wieder hier noch zuwertige daten insgesamt aber das cool nämlich hier ist dass wir genau sehen okay wer trägt es hier wirklich ein wenn ich hier noch mal tiefer reingehen zeige ich das ganze mal ganz kurz gehen wir mal ins alter rein und sehen nämlich hier 18 bis 24 beziehungsweise das ist für mich eigentlich irrelevant wir sehen nämlich jetzt hier nicht mehr nur 25 bis 34 sondern wir sehen 29 bis 34 als altersgruppe das nämlich genau das was den age cluster macht du würdest nämlich jetzt hier eigentlich nur diese altersgruppe sehen da wir aber nur 29 bis 37 ansprechen und hier 25 bis 34 sehen wir jetzt 25 also quasi 29 bis 34 das würden wir sonst nicht sehen genau das sehen wir jetzt hier und wir sehen das lohnt sich eher weniger gehen wir mal tiefer runter wo kam die bewerbung rein hier kam eine rein die kam wo haben wir sie da das hier genau 11 euro sogar okay was haben wir hier wir sehen 18 bis 24 sehen aber das hier wird 20 bis 28 haben also sehen wir hier eigentlich von 20 bis 24 und sehen ein super guter cpm die ctr ist super niedrig ne also wenn wir die nur sie direkt abdrehen manche drehen ab wenn die unter zwei prozent liegen wir sehen ja auch ein super teurer link liegt zwei euro 77 nur ein lied für elf euro aber dieser lied hat auch halt für elf euro ausgefüllt so das wird ja so ein großer grund nicht nur auf diese metriken schauen link klicks ctr lied preise natürlich sind es wichtige metriken wenn aber diese elf euro lied ausfüllt und auch kauft dann darf der mich auch gerne 30 euro kosten das ist mir völlig egal wenn der danach das macht was er machen soll und das macht dieser lied und so siehst du dich ein bisschen tiefer in die altersgruppen rein und wird das gleiche hier machen wird ein bisschen mehr budget drüber laufen lassen wird das wieder raus hier quasi noch mal die die grad gut laufen mal eben duplizieren mit mehr budget noch mal testen das heißt in phase 2 reinbringen audiencen also quasi über duplizieren wird dann neue anzeigen durchtesten und würde die mit mehr budgetnummer durchtesten und wenn ich das wiederum gemacht habe dann in phase drei reinpacken großes cbo und dann skalieren mensch danke für die insights eric gerne richtig uns was ich habe ich kurz gehalten jetzt uns rede ich mich bis morgen früh noch mal hals kratzt schon nichts drückt mir so ist es das ziel dahinter war euch mal weil viele fragen immer und stellen fragen sagen ich habe nicht so viel budget ich kann noch nicht so viel ausgeben und so weiter und deshalb wollten wir mal mit einem projekt von mir in einem brandneuen werbekonto wollten wir einfach mal zeigen wie gucken wir uns die zahlen an was passiert da und werden euch schritt für schritt mitnehmen wie wir das nach und nach skalieren das heißt alle wir werden all die dinge die eric jetzt analysiert hat werden wir jetzt gemeinsam umsetzen wenn die budgets wieder erhöhen wenn neue zielgruppen anlegen werden neue insights testen und dann step by step weiter hoch gehen zum ziel auf 1000 euro am tag zu kommen werden das natürlich schon vorher machen können und schon deutlich mehr drüber spenden lassen können nichtsdestotrotz wollten wir rein aus neugierde sehen ist es denn möglich mit wenig budget viel zu schaffen und ja es ist möglich wenn man gute werbetexte schreibt wenn man weiß wie man seine zielgruppe richtig anspricht und sie einstellt wenn man vernünftige adsets aufbaut miteinander und wenn man dann auch sage ich mal hochkonvertierende landing pages oder webinare hat oder videos je nachdem was man nutzt was ja alles in der cbo mastery mit geschult wird unter anderem dann funktioniert das und dann kriegt man auch ganz andere einblicke in facebook und wie facebook funktioniert und das ist dann sage ich mal wie eric schon gesagt hat manchmal ein krampf diese zahlen alle auf einmal zu sehen und sich das anzugucken wichtig ist aber auch zu sehen einfach ein gefühl für die ganze sache zu kriegen und ab dem punkt wo wir jetzt mehr budget draufhauen das heißt jeder anzeigen gruppe kriegt jetzt 10 20 30 oder wie eric gesagt hat 40 euro budget am tag dann werden wir ganz andere zahlen und metriken haben die wir uns dann im anschluss angucken aber rein nur für die case study war das jetzt wichtig das mal zu sehen weil man das dann miteinander vergleichen kann und man dann oftmals erschrocken ist und sieht weil wenn man am anfang geguckt hat das was wir hier gezeigt haben das letzte mal als wir das gezeigt haben waren bei den age cluster kampagnen 8 euro pro lead overall bei der phase 2 kampagne 8 euro pro lead overall und bei der phase 1 25 euro noch was jetzt ist es andersrum age cluster ist hochgegangen auf 12 euro pro lead overall und die phase 2 kampagne ist von 8 euro runter auf 5 euro pro lead overall und die phase 1 ist immer noch auf 5 euro pro lead overall das ist natürlich die erste metrik die für uns wichtig ist weil die meistens am am richtigsten ist die zweite metrik die dann meistens wenn man es individuell trägt am wichtigsten am richtigsten ist ist wie viele content aufrufe hatte ich und dann die leute die aus bewerbungsformular kommt und dann die leute die abgeschickt haben aufgrund dessen dass wir verschiedene anknüpfungen und tools nutzen kann es halt sein dass manche sachen over track sind das heißt mehrfach getrackt werden weil leute mehrfach auf die seiten draufklicken oder under track sind ich habe parallel dazu geguckt wir haben letzte woche knapp 20 bewerbungen eingesammelt getrackt wurden insgesamt seit jetzt seit zwölf tagen nur zehn stück so und wenn wir uns zwölf tage angucken dann waren es über 30 bewerbungen die werden gesammelt haben aber nur die letzten sieben tage waren wurde getrackt 10 dabei wurden 20 21 bewerbungen eingegangen und die letzten sieben tage acht verkäufe davon wurden über zwölf tage aber nur drei stück getrackt das heißt man muss trotzdem immer schauen dass man ein gewisses gefühl einfach für die sache entwickelt wo passiert was und dann ein paar metriken nach vorne guckt die etze mit hoch zieht mit mehr budget um sie dann zu shit testen so nenne ich das mal um wirklich zu gucken halten diese etze dem geruch von höherem budget aus oder brechen die dann zusammen und das werden wir uns in den nächsten folgen angucken von dem her hoffe ich du hast ein bisschen was mitnehmen können spaß gehabt an der ganzen sache und du hast jetzt noch mal ein paar insides bekommen wie du deine etze noch mal weiter analysieren kannst wir haben natürlich noch weitere analyse metriken die wir nutzen wie den fresh audience graf und 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 den wir in der cbo mastery bei größeren kampagnen gezeigt haben und werden das natürlich dann hier auch machen wenn wir hier mal sage ich mal noch mehr budget auf die ganzen kampagnen aufgehauen haben in dem sinne das war es von mir und auch von dir hier regner ich bin auch durch mein mund ist schon ganz trocken hier wenn du dieses video jetzt gerade bis zum ende gesehen hast und du dich fragst was ist diese cbo mastery überhaupt die cbo mastery ist ein kurs den erik und ich erstellt haben in dem wir komplett zeigen wie wir für anfänger bis hin zum profi kampagnen wirklich auf bis zu 1000 euro tagesbudget hoch skalieren und das war nur ein inside video was du jetzt hier gerade siehst wo du noch weitere fallstudien in dem kurs findest und natürlich vor allem wie der name schon sagt wie du richtig cbo kampagnen schaltest ja kampagnen budget optimierungskampagnen das was von facebook bald auch als einzige möglichkeit überhaupt genommen wird wenn anzeigengruppen level gekillt wird ja das zeigen wir dort komplett step by step und das deutlich weniger als die meisten leute a ihr auto tanken b essen gehen mit der freundin freunden oder was die ihre ganzen abos im monat überhaupt kosten die sie irgendwo abgeschlossen haben und deutlich deutlich weniger als hochpreis coaching das ganze ist auch kein coaching sondern ein kurs wirklich der aber so viel inside so viele live inhalte so viele fallstudien hat die du aus den verschiedensten nischen für dich übernehmen kannst wie in den wenigsten coachings die zwei drei vier 5000 euro kosten überhaupt und dementsprechend ist es für dich empfehlenswert ganz egal ob du anfänger bist fortgeschritten oder profi dir jetzt den kurs sofort zu sichern und dort für dich die neuesten updates und fallstudien weiter zu verfolgen die wir hier gerade abgedreht haben und weiter drehen werden step by step um sie für dich übernehmen zu können und auch direkten kontakt zu erik und mir zu bekommen damit wir uns deine business manager angucken damit wir uns deine werbeanzeigen reinhecken die analysieren die tipps geben zu deinen copies die tipps geben zu deinem backend das heißt ein landing pages den sales pages den videos ein webinar was auch immer gelaufen hast und das egal in welcher nische ob du was für schwangere frauen machst ob du im nahrungsergänzungsmittel bereich tätig bist ob du networker affiliate infoproduktler bist coach berater oder auch ein unternehmen hast ein restaurant friseur laden ganz egal was wir haben dafür schon kampagnen aufgesetzt oder arbeiten mit leuten zusammen die dafür kampagnen aufgesetzt haben und wenn wir das budget nehmen was verwaltet wurde nur in unserem internen netzwerk mit leuten wo wir jeden tag in unsere kampagnen reingucken dann überschreitet das deutlich die zehn millionen grenze und wenn wir uns angucken wie viel umsatz daraus entstanden ist dann überschreitet das wirklich jegliche grenzen was das jenseits von gut und böse teilweise egal ob du traurige verkaufst ob du irgendwelche handeln verkaufst ja ob du autos vermittelst ob du immobilien vermittelst ob du networker bist ob du hochpreis coachings verkaufst so wie wir das hier jetzt beispielsweise gerade gezeigt haben ja ob du einen reiterhof hast und besuchst irgendwelche mädels die auf den die zu den volti stunden kommen ob du ein karate studio hast wir haben dafür schon jetzt geschalten oder wir haben gesehen wieder fährt geschalten wurden wir haben die metriken gesehen und wie man das wirklich nach oben kriegt und das mal erst mal dazu deshalb cbo mastery absolut pflicht programm eric letzte worte dazu letzte worte ist eigentlich komplett bescheuert dass wir das rausholen also ganz ehrlich ich mache ich mache den kram die letzten drei jahre habe ich eigentlich nichts anderes gemacht als quasi das was du gerade schon gesehen hast mich in facebook accounts einzulocken und die dinge durchzugehen die sind noch zahlen vor mir das was da drin ist sind dinge die habe ich nicht mal oder teilweise nicht mal leuten gezeigt die mit 10.000 euro mehr pro wundern bezahlt und dass ich ihre ads gemanagt habe da so viel zeug drin das ist nicht mehr feierlich das ist egal ob du blutiger anfänger bist und einfach nur mal die ersten 100 euro pro tag in die profitablen ads stecken willst und dann zwei drei euro auf jeden euro zurückbekommen willst oder wirklich schon so weit bist dass du auch schon millionen abbudget verwaltet hast und gerne wirklich fünf sieben zehntausend euro tagesbudget feiern willst mit cbo-kampagnen ohne nicht 23 mal am tag paranoid einzulocken nachzuschauen läuft sind ob es abgeraucht sind sie noch da das ist ein grundsystem so was gab es noch nicht ich glaube ich habe mittlerweile alles durch was es gibt auf den markt egal ob deutsch egal ob amiga ich habe da irgendwie ein zwei kurze aus russland fragt mich nicht woher oder von wem willst mir nicht glauben aber ich glaube ich alles was es gerade irgendwo so gibt durch ich habe auch schon mit leuten intern von facebook mich drüber unterhalten ich hatte ist jetzt nicht mehr ganz so wichtig auf jeden Fall habe ich alles schon durch was irgendwie gibt und das was da teilweise drin ist da ist so viel zeug drin das findest du nirgendwo anders egal ob für 5000 für 10.000 oder 15.000 euro so und das für weniger als einmal abends essen geht und das für weniger als einmal kurzen wagen voll tanken also ich glaube fast jeder hat mehr unnötige wie nico schon gesagt hat abos abgeschlossen die er gar nicht mehr auf dem schirm hat die einfach mit weiter runter laufen als das ding nicht kosten wird so und du hast da lebenslangen zugriff drauf du siehst da alles was wir wirklich machen egal von ok was ist überhaupt facebook zu dem möglich punkt wurde mit cbo-kampagnen wirklich an jedem anderen vorbeiziehen kannst also ich glaube das cleversten was du sie tun kannst ist auf den button wahrscheinlich video beschreiben denke ich mal nicht eins von beiden wird sein entweder links und oben das video wenn es ein ad ist ansonsten video beschreibung wirst du schon finden den button am besten liest dir die seite mal ganz entspannt durch überzeugt dir selbst davon also ich glaube das was da drin ist zieht allen anderen kursen gurus und experten vermeintlichen selbstern an den experten die hosen runter also das ding ist bis zum überlaufen voll mit facebook content was du so noch nicht gesehen hast so ist es in dem sinne das war es von uns wir freuen uns dich im mitgliederbereich begrüßen zu dürfen und dass du dir weiter die falls studie anguckst wie wir zu 1000 euro tagesbudget am tag kommen jetzt also tag so ist es bis dann in dem sinne machs gut